ja ja die hohen meine lieben Minecraft Freunde herzlich willkommen zu dem neuen Video wir spielen heute Penpal auf play.cubecraft.net und zwar in dem Spiegel ist Capuchetta Flag ich habe doch noch hunderte verbaut hier war es alter komplett nervig Finger weg von unserer Flagge Finger weg von unserer Flagge die gehört uns hallo ah endlich perfekt so können wir eigentlich mal anfangen Team Gelb zu pushen und die rennen dem alle hinterher und die rennen dem alle hinterher Run ich glaube der hat nicht gecheckt dass er die Flagge hat Mann ich hoffe der steht gleich weil der muss eigentlich die Flaggen ich glaube der hat den Sinn von Capuchetta Flagge nicht kapiert nein verpiss dich alter hier dir jawohl 0 von 3 ich könnte mal versuchen einen kleinen Push in Richtung nein nein ihr lasst mich bitteschön zack ähm jawohl ich versuche mal einen Push ich versuche einen Push ach nö Camper Camper ah ja genau so so jetzt gehts noch darum erstmal oh Granat geil kann man immer gebrauchen Finger weg von unserer Flagge ich weiß dass du vor hast und was du vor hast weiß ich erst recht ebenfalls und Finger weg und du da auch ich hab die schon gesehen komm schon bring die genau perfekt 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 und es steht gleich eins zu null wenn es ist nur und jawohl 2 von 2 und perfekt so lange wird das doch mal echt ein Hort und und die haben die Yellow Flagge gestolen ich schütze den ich komme von hinten perfekt ich hab ihn gesaved und die wurden leider wieder zurückgebracht aber er hat es hier geklaut und der hier der versucht auf unserer Seite zu pushen zack und weg mit ihm so es steht 2 zu 3 und die letzte Flagge ist schon auf dem Weg und gg zack das war die erste von wahrscheinlich drei Runden fertig machen Cabbage of Leck und spülen wir gleich nochmal perfekt jetzt spülen wir gegen Rot zack perfekt mit dem mit der Waffe jetzt spülen wir erstmal das Health Item ab dann gehe ich auf die Seite und versuche perfekt nach hinten nach hinten renn ich beschütze dich ich beschütze dich zack da ist was da und 1 zu 3 perfekt das war doch schon mal ein richtig erfolgreicher Push und der nächste folgt zugleich ich bin da falls der stirbt kann ich mir die Flagge holen jetzt sollte ich vielleicht ein bisschen hin und her rennen und 2 von 3 und gut jetzt hat er die Granate sich geglaubt der dritte ist ebenfalls schon wieder da mit einer Flagge wie gut das heute läuft und wieder eine weitere Runde bestritten dann jawohl diesmal wird es ein Deathmatch gut ich meine ich bin trotzdem für Capitator Flag vielleicht mit etwas Glück nein dann wird es tatsächlich ein Deathmatch hier geht es jetzt darum wer die meisten Kills hat das heißt man sieht es auch nicht deswegen sterben und perfekt meine Aufgabe ist es zwei Granaten zu bekommen das ließe sich doch glaube ich schon machen perfekt meine Bilanz ich habe eigentlich gekillt und würde dann gekillt zack jetzt gar nicht 47 naja wir sind gerade im Minus das Rocket die Bilanz von 0 reicht bei denen leider nicht aus aber es steht 14 ah die sind gerade dabei zu gewinnen perfekt die kommen von da unten kommt das an 18 zu 18 jawohl nein 18 zu 19 nicht gut 20 zu 20 das wird echt ein knappes Match werden noch sind wir dabei zu gewinnen das kann sich aber jederzeit ändern zack wir sind immer noch dabei zu gewinnen 28 zu 27 es wird ein knappes Match zack gg und das war die dritte Runde jupp und ich würde sagen 3 Runden 3 Siege das ist doch ein gelungenes Video ich bin froh dass das hier so gut geklappt hat es kam schon schlimmer dann bevor ich jetzt das Video beende und ihr hoffentlich ein Like da lasst wenn es euch gefallen hat möchte ich nochmal darauf hinweisen ich habe ein eigenes Forum ganz einfach zu unterreichen unter is.gd slash tdc und dann Forum könnt ihr gerne mal vorbeischauen ihr müsst euch auch nicht registrieren ich würde mich so freuen wenn wenn ihr keine Lust habt euch zu registrieren wenn ihr einfach quasi nur sagt okay gut ich lasse einfach nur ein Eintrag im Gästebuch da und das Forum wird auch noch weiterentwickelt und ja macht's gut bis zum nächsten Mal und ciao